Xbox vs. PC. Was für ein Thema, was für eine Diskussion kann das nun werden? Wir alle kennen das. Xbox und PC sind manchmal immer so ein bisschen auf Kriegsfuß unterwegs in der Simulationswelt und man muss sich natürlich ein bisschen fragen, warum ist das überhaupt so? Vielleicht kann ich mit diesem Video auch ein bisschen eure Augen öffnen für die, die sich noch gar nicht so mit der Xbox beschäftigt haben. Oder auch umgekehrt. Ich bin der Blade Runner. Let's talk! Aber erst einmal herzlich willkommen hier auf meinem iFly-Kanal, liebe Flugsimulater-Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute mit mir so ein bisschen mal das Thema durchgeht. In diesem Let's Talk-Video reden wir nämlich über den PC und die Xbox oder besser gesagt PC vs. Xbox. Ein sehr heikles Thema. Sehr viel Diskussionsbedarf und allgemein auch ein bisschen Kriegspfad, warum auch immer. Wir kennen das allgemein. Die Simulationswelt ist so eine kleine Welt. Und ja, Xbox, PC, X-Plane, P3D. Es gibt wirklich so viele so interessante Sims auch. Und man muss sich wirklich fragen, warum ist das überhaupt so? Warum gibt es untereinander so viele Kriegereien? Ja, das gibt natürlich wieder mal so ein bisschen zu denken. Allgemein kann man da vielleicht auch ein bisschen reinspinnen oder vielleicht auch ein bisschen so diskutieren. Ich denke mal, es ist nur ein bisschen auch Charakterfrage. Viele Menschen fühlen sich vielleicht auch so ein bisschen auf den Schlips getreten, weil man vielleicht einfach ihren Sim so ein bisschen beleidigt. Und das ist natürlich irgendwo so ein bisschen auch, wo man sich fragen muss, ja, mein Gott, da sollte man in meinen Augen ein bisschen drüberstehen, wenn jetzt ich meinetwegen die PMDG mag und jetzt irgendeiner kommt im Chat und mir schreibt oder allgemein in den Kommentaren, ja, findet die PMDG total scheiße, fühle ich persönlich mich nicht angegriffen. Im Gegenteil, ich sehe es sogar eher als interessant an, weil mich das natürlich interessiert. Und ich mich frage, ja, was ist denn oder wieso sagst du denn, dass für dich die PMDG so schlecht ist? Was sind denn deine Gründe? Und wer weiß, vielleicht öffnet er mir damit die Augen oder genau umgekehrt. Er sagt zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, er kommt mit dem FMC nicht klar, weil dies und das. Und dann sage ich ihm, Mensch Junge, du musst einfach nur die und die Taste drücken und dann A, guck an, okay, ich nehme alles zurück. Oder meinetwegen, das Flugzeug ist vielleicht auch nicht so schlecht, wie ich dachte. Und so ist die Diskussion, die normalerweise in meinen Augen heutzutage korrekt verläuft. Doch leider muss ich sagen, treffe ich halt auch wirklich nicht öfter, aber es kommt leider doch öfter vor, als man denkt, dass sich allgemein so die Community von der Flugsumulation ziemlich bekriegt. Und ja, gerade Xbox auch so ein Thema ist mit dem PC. Ja, es gibt natürlich Streamer oder allgemein auch Foren, wo man manchmal immer so sieht, dass meiner Meinung nach, finde ich, die Xboxler so ein bisschen abgestempelt werden als Edge-Badge. Und ihr seid doch alles Loser und ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Und geht nach Hause, ihr kleinen Casual-Zocker auf eurem, ja, auf eurem, auf eurem Sofa. Ja, das sind natürlich Dinge, ich persönlich halte nicht wirklich viel davon. Ihr wisst, bei mir oder allgemein auf diesem Kanal ist wirklich jeder willkommen. Nicht nur willkommen, sondern auch absolut gern gesehen. Ich muss leider sagen, haben wir nicht so wirklich viele X-Plainer zum Beispiel unter uns. Das liegt aber auch daran, dass wahrscheinlich gar nicht so viele unterwegs sind auf diesem Kanal, vielleicht auch gar nicht kennen. Aber auch in der P3D-Welt, also mich persönlich interessiert das massiv. Gerade wenn ich Leute kenne, die in P3D unterwegs sind oder auch auf X-Plain, will ich wirklich wissen, was habt ihr denn und wie läuft das so und so weiter und so fort. Also ich finde es total interessant. Genauso ist es bei mir eben auch auf der Xbox. Ich habe mir sogar überlegt, auch mal auf meiner alten Xbox mal vielleicht das Spiel zum Laufen zu kriegen, um einfach mal so zu gucken und mal so auch so ein bisschen ein Vergleichsvideo dazu zu machen. Wir alle kennen die Videos von verschiedenen Streamern. Wir kennen die Videos von verschiedenen Xbox-Videos, sage ich jetzt mal. Und ich muss wirklich gestehen, auf der Xbox sieht der Sim wirklich fantastisch aus zum Teil. Also man kann wirklich sagen, dass das Ding absolut nicht wirklich ein ganz krass gigantischer Unterschied ist zwischen Xbox und PC. Doch trotzdem gehe ich damit und sage, für mich persönlich ist die Xbox natürlich nicht genauso zu vergleichen wie mit einem PC. Ein PC muss auch irgendwo ein Stück weit bessere Grafik bieten und ein Stück weit auch mehr Leistung bieten, weil das einfach hardware-technisch so ist. Das ist doch ganz klar. Wir haben einfach auf dem PC viel mehr Leistung, viel mehr Power und die kann man halt einfach auch direkt da auf dem Sim zeigen bzw. umsetzen. Doch trotzdem sind das kleine Dinge, Dinge, die man nicht wirklich erkennt, die man nicht wirklich sieht. Aber deswegen würde es mich mal wirklich interessieren, da mal ein echtes Vergleichsvideo zu machen und das direkt vor der Nase und dann auch mal wirklich zu schauen, okay, wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied und wie krass sind denn nun die Unterschiede. Doch nichtsdestotrotz, und das ist das, worauf eigentlich meine Anspielung dieses Let's Talks geht, nichtsdestotrotz ist für mich ein Xboxler auf keinen Fall irgendeine Art von niedrigerem Menschen, der irgendwie, keine Ahnung, jetzt nur dämlicher oder dümmer ist, weil er jetzt auf der Xbox unterwegs ist, weil das ist ja eh nur ein Loser und so weiter. Das werde ich nie verstehen und allgemein mit dieser Haltung kann ich absolut nicht gehen. Denn letzten Endes geht es wie immer, wie mit allem im Sim darum, dass man Spaß hat und egal, ob man jetzt auf X-Plane unterwegs ist oder auf P3D oder wie auch immer, Hauptsache man hat seinen Spaß, man hat seine Freude und dann ist man doch auch wirklich irgendwo überall willkommen. Und wie gesagt, das ist doch total interessant, wenn ich jetzt jemanden kenne, der aus P3D mir erklärt, warum zum Beispiel dort die A320 besser ist als die Phoenix für ihn. Und das ist für mich einfach total spannend und total auch interessant. Und ja, also deswegen wäre es für mich kein Mensch, der jetzt irgendwie keine Ahnung hat. Genauso ist es auch für mich auf der Xbox. Nur weil jetzt ein Mensch auf der Xbox spielt, wird er für mich auf keinen Fall irgendwie, wenn er mir jetzt zum Beispiel erklärt, ich muss in einer FMC das und das eingeben, um zum Beispiel die Entfernung besser sehen zu können oder weiß der Geier was, warum soll ich ihn dann nicht ernst nehmen, nur weil er auf der Xbox unterwegs ist. Und das ist so das, was mich so ein bisschen auch traurig stimmt und wo man halt auch wirklich sieht, eben in der Simulationswelt so ein bisschen, da muss man einfach auch mal auf andere Streamer schauen, sobald einer irgendwie einen Kommentar setzt oder, passiert jetzt nicht immer, aber es passiert, ich habe es tatsächlich schon auch öfter gesehen, dass zum Beispiel einer einfach was reingeschrieben hat und eben gesagt hat, ich bin auf der Xbox unterwegs und wurde nicht mal eine Beachtung geschenkt oder wurde einfach nur noch ausgelacht oder mit sonst irgendeinem, ja, also wie gesagt, das ist irgendwo ein bisschen total lächerlich und ja, also man muss sich einfach fragen, ja, inwiefern oder warum ist das überhaupt so und muss das denn auch wirklich so sein, also I don't know. Aber wie gesagt, bei mir auf meinem Kanal ist das definitiv nicht so und das soll auch, wird auch so bleiben. Letzten Endes ist es aber eben die Frage, warum ist denn überhaupt die Xbox-Community so, ja, so angesehen oder warum wird sie überhaupt so angesehen als schlechteres, als jetzt zum Beispiel der PCler. Um auf das Thema Xbox und PC wieder zurückzugreifen, ich glaube, die meisten PCler unterschätzen irgendwie einfach die Xbox, denn letzten Endes, wir haben eine Konsole. Das ist einfach eine Konsole und ich glaube, das stößt allen Leuten oder nicht allen, aber sehr vielen Leuten schon ein bisschen sauer auf, weil man immer so denkt, ja, die Konsole ist ja eh nichts wert oder ist eh das mindere Teil. Wie gesagt, wenn man das Ganze hardware-technisch betrachtet, ist das richtig. Natürlich ist eine veraltete oder ältere Hardware drin, verbaut. Doch trotzdem darf man einfach nicht vergessen, der Sim läuft und er läuft sogar ziemlich gut. Unter manchen Umständen, man muss auf ein paar Sachen achten, jedoch optisch zumindest gesehen und wie gesagt, auch hier mit einer PMDG kann man sehr gut von A nach B fliegen. Und da darf man einfach auch nicht vergessen, wir haben für die Xbox auch ein Trustmaster Captain's Pack, was bedeutet, wir können das komplette A320 Setup anschließen, wir können aber auch den Trustmaster Yoke anschließen inklusive allem und können den dann also auch benutzen, was bedeutet, wir haben also die Hardware und wir können ebenfalls auch für die Xbox die Tastatur benutzen und wir können auch für die Xbox eine Maus benutzen. Das heißt, wir haben theoretisch alles, was man auch für den PC bräuchte, Hardware-Technisch jetzt gesehen, und da muss man sich einfach fragen, ja, ist es dann eben, inwiefern ist es dann nun wirklich schlechter und warum soll ein Xboxler nicht dieselbe Erfahrung haben, wie zum Beispiel ein PCler? Also Erfahrung im Sinne von, warum soll er nicht genau dasselbe Fluggefühl haben und warum soll er das Flugzeug nicht genauso gut von A nach B bekommen können, wie zum Beispiel eben auf dem PC? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fehldenken und so ein bisschen, ja, Ich glaube, andererseits ist es aber auch das Problem, dass es halt einfach immer schon, und da kommen wir wieder auf dieses Alteingesessene, denn schließlich ist es einfach so, Simulation war bis dato 2020, also bis zu dem, wo der MSFS 2020 für die Xbox rauskam, war der einfach immer auf dem PC. Und eins darf man hier als Xboxler nicht ganz vernachlässigen und auch nicht vergessen, eins ist immer wirklich Gesetz, das kann man nicht anders sagen. Wenn ein neuer Sim rauskam oder kommt, in Vergangenheit wohlgemerkt, dann wusste man immer schon, der Sim, zu der Zeit, wo der Sim rauskommt, sei es nur X-Plane oder sei es FSX oder wie auch immer, oder irgendeine Art von Flugsimulator, was früher Microsoft ja gemacht hatte, oder hier die alten Microsoft Flugsimulation, da wusste man immer genau, alles klar, ich brauche mindestens ein Jahr, bis die Hardware so gut ist, dass dieser Sim flüssig läuft. Was also bedeutet, es war immer schon unfassbar Hardware-hungrig und es war einfach auf so einem hohen Level früher, dass es einfach extrem schwer war, überhaupt erstmal die Hardware zu bekommen, um diesen Sim flüssig, so richtig flüssig zum Laufen zu kriegen. Was also bedeutet, rein logisch betrachtet kann das ja, ihr wisst, was ich meine, rein logisch betrachtet kann das ja nie eine Konsole schaffen, weil wir ja wissen, und das war bis jetzt auch ja schon immer so, fast immer, dass die Konsole immer Hardware schlechter war als der aktuellste PC. Und das ist ja irgendwo auch logisch, denn letzten Endes braucht eine Konsole ja gar nicht so viel Hardware, weil man ja vieles darauf abstimmt. Ihr dürft nicht vergessen, ein PC muss alles können, das bedeutet eher, man muss mit einem PC nicht nur spielen, sondern man muss vor allen Dingen auch andere Sachen, man kann alles Mögliche, man kann Videobearbeitung etc. machen, irgendwie das für die Arbeit benutzen etc. Das muss alles auf dieser Plattform laufen und die Konsole muss einfach nur Spiele zum Laufen bringen und das war's. Und das sind so Dinge, die vergisst man einfach so ein bisschen untereinander. Ja, Informationsverlust oder wie sagt man so schön, Informationsunkenntnis, wie auch immer. Letzten Endes ist es aber wirklich so und deswegen, ich sehe das persönlich immer als ganz schwieriges Ding im Moment, denn gerade jetzt eben, wie gesagt, mit dem MSFS sind so viele neue Flieger oder so viele neue Leute zu uns in die Simulationswelt gekommen, Leute, die durch den MSFS 2020 eingestiegen sind und die sich total begeistern und so weiter. Und da muss man, finde ich, wirklich aufpassen als eingesessener Flieger und die Leute irgendwie nicht verkraulen, weil das sehe ich leider viel zu oft und das ist wirklich extrem schade und in meinen Augen auch komplett falsch, weil man wirklich in dem Sinne die Leute eigentlich, finde ich, abholen sollte und nicht sie verkraulen sollte, weil man jetzt sagt, du bist nichts wert oder du hast ja eh keine Ahnung, weil du jetzt auf einer Xbox unterwegs bist. Nein, 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 nein. Und wie gesagt, auch hier muss man auch als Xboxler ein Stück weit verstehen, dass natürlich die PCler, gerade so die alten oder die vorherigen Flugzeuge benutzt haben beziehungsweise Sims benutzt haben, die wissen einfach ein Stück weit auch mehr als No. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da ist ein, ja, einer aus unserer Community ist neu eingestiegen in den MSFS 2020 und ist auf der Xbox unterwegs und hat mir zum Beispiel jetzt letztens eine Sprachnachricht hinterlassen, wo er mir eben sagte, dass jetzt zum Beispiel er die PMDG zum Beispiel gar nicht mehr so gut findet, wenn er die jetzt mal vergleicht mit der Inibills A300, wenn er die vergleicht mit anderen Fliegern und so weiter. Er findet zum Beispiel die Texturen gar nicht mehr so schön, wie sie mal waren und da habe ich auch zu ihm gesagt, das ist, das Interessante daran ist, jetzt fängt man langsam an, ein gewisses Know-how aufzubauen, weil man jetzt aufgrund dessen seine Erfahrungen jetzt auch ein bisschen besser und anders urteilen kann, was also bedeutet, jetzt sieht man das Ganze ein bisschen mit anderen Augen. Wenn man in der Xbox damals unterwegs war und das ist einfach, weil es einfach nicht anders ging, da gab es einfach nur die PMDG und logisch war der Hype auf die PMDG extrem hoch. Es gab aber auch keine Konkurrenz, keine wirklich krasse Konkurrenz, die wir zum Beispiel haben auf dem PC und da kann man das Ganze natürlich noch weiterspinnen. Einer, der zum Beispiel schon sehr lange in der Flugsimulation unterwegs ist, der hat Know-how von einem X-Plane, der hat Know-how von FSX, das sind zwei völlig verschiedene Simulatoren, das muss man auch mal sagen. Der eine ist zum Beispiel 32, der andere ist 64-Bit. Der andere hat zum Beispiel, ja, da fliegt es sich noch ein bisschen auf Schienen, FSX in allen Ehren, so toll FSX war zu seiner Zeit, aber das ist kein Vergleich mehr mit zum Beispiel einem X-Plane von X-Plane 10 oder X-Plane 11. Das fliegt sich ganz anders, weil einfach viel mehr Informationen auf diesen Flieger eingehen kann, wie zum Beispiel damals mit einem 32-Bit-System. Und das sind alles so Dinge, die spielen einfach eine Rolle. Und es ist nochmal was anderes, wenn einer dann zum Beispiel sagen kann, hey, das Flugzeug ist zum Beispiel jetzt, wenn, sagen wir jetzt mal, die PMDG kommt raus und ist in absolut schlechter Verfassung oder viel schlechter als alle anderen Flüger, die derjenige jetzt schon kennt, der halt schon sehr lange mit Flugsimulation zu tun hat und der meinetwegen jetzt schon ein Tolles kennt und der eine SIBO kennt und was weiß ich, der sagt halt, ja, PMDG so gut wie sie ist, aber kommt halt jetzt zum Beispiel nicht an eine SIBO ran oder meinetwegen auch an irgendein Flugzeug aus P3D. Das liegt einfach daran, weil er es weiß oder weil er für sich selber einfach so viel Know-how hat. Und deswegen fand ich das ein bisschen amüsant, dass mir das erste Mal jetzt einer aus der Xbox-Welt gesagt hat, na, er sieht das jetzt ein bisschen mit anderen Augen, weil jetzt hat er einen Vergleich und jetzt hat er vor allen Dingen auch ein bisschen Grundwissen. Er weiß jetzt zum Beispiel, er ist meinetwegen jetzt schon zwei Jahre in dem SIM unterwegs, hat jetzt so viel Know-how gesammelt, weil er auch schon sehr viel geflogen ist, hat dieses Know-how natürlich im Kopf und jetzt kann er mit diesem Know-how in ein neues Flugzeug einsteigen und merkt, hey, das fliegt ja nochmal viel besser und schon sinkt das andere Flugzeug ein bisschen mehr, was er eigentlich viel höher hatte, einfach aus Grund seines Know-hows. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man als X-Bloxler etwas schwierig versteht, denn letzten Endes, wenn man eine Meinung hat über ein Flugzeug, wie zum Beispiel eine PMDG und jetzt schreibt man das zum Beispiel rein in irgendein Forum, wo zum Beispiel eben sehr viele Leute sind, die ganz viel Know-how haben, schon von alten Simulationen und so weiter, dann schreibt man, ja, die PMDG ist ja das beste Flugzeug, das es jemals gab und so weiter, dann ist es natürlich klar, dann lachen viele aus der PC-Welt zum Beispiel und sagen, ach, der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung, weil der fliegt das erste Mal PMDG, logisch ist das für den das beste Flugzeug, aber letzten Endes, der hat ja keine Ahnung, weil der ist noch nie eine Sibo geflogen oder noch nie irgendein anderes Flugzeug, also jetzt nur als Vergleich gesehen. Und ihr wisst, was ich damit sagen will. Und so kommt das so ein bisschen auseinander. Und so bildet sich meinetwegen jetzt der eine mehr ein als der andere. Doch letzten Endes, und das ist immer das, was ich immer sage, ich glaube so oder so, die Toleranz ist, also wir müssen allgemein, und da geht meine bisschen so die Hoffnung an euch raus, wie gesagt, beste Community, ihr kennt mich, aber ja, also hier wirklich auch nochmal, wenn ihr sowas seht, unterstützt die Leute gerade in egal welcher Art und Weise, aber versucht das Ganze auch ein bisschen zu verstehen. Denn letzten Endes eben dieser, wenn jetzt der Xboxler, der meinetwegen jetzt das geschrieben hat und gesagt hat, PMDG ist das beste Flugzeug der Welt, und er bekommt jetzt zum Beispiel ein Kommentar, wo es heißt, ach Junge, Mensch, sei doch still, du hast ja überhaupt keine Ahnung, böse gesagt, dann sieht er das natürlich als Angriff und als böse an. Doch letzten Endes fehlt ihm einfach das Know-how, das sozusagen, oder beziehungsweise ist irgendwo logisch, dass der, der als PCler das komplett anders sieht, aufgrund dessen seines Hintergrundwissens, als zum Beispiel der jetzt neu unterwegs ist und total zufrieden und happy ist mit der PMDG, aber weil er halt auch irgendwo nichts anderes kennt, und auch nicht so viel Erfahrung hat, was gar nicht schlecht ist. Und deswegen hier kommen wir einfach nochmal darauf zurück, auf diese Toleranzdiskussion. Man sollte, finde ich, als Alteingesessener auch verstehen müssen, müssen, dass einer, der jetzt zum Beispiel von der Xbox kommt und total happy ist über seine PMDG, dass man das anders sagen könnte, zum Beispiel, dass man sagen könnte, da hast du völlig recht, PMDG ist ein gutes Flugzeug, keine Frage, aber wenn du mal zum Beispiel eine Sibu fliegen würdest, dann würdest du das Ganze vielleicht auch anders sehen. Muss gar nicht so sein, aber zumindest hat man ein Know-how und man weiß dann zumindest, okay, und genauso ist es umgekehrt. Wenn der Xboxler zum Beispiel das Kommentar liest, sollte er vielleicht auch sich mal ein bisschen fragen und ein bisschen hinterfragen, ja okay, das ist jetzt einer, der hat einfach schon sehr viel Hintergrundwissen, der hat einfach so viel Jahre vielleicht auch schon durch, der kann einfach auch eine andere, sich eine andere Meinung dazu bilden, als jetzt eben ich meinetwegen, der jetzt gerade frisch die PMDG entdeckt und sagt, boah, das ist ja Wahnsinn und so weiter und so fort. Also deswegen, hier kommen wir wieder auf diese Toleranz, der eine sollte genauso den anderen verstehen, wie der andere den einen. Und ja, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ich glaube, das ist so das größte Hauptproblem, wenn wir um Xbox und PC reden. Aber letzten Endes klar, wir haben, und da können wir aber auch weitergehen, da brauchen wir gar nicht in die Simulationswelt einzugehen, wir haben sehr viele Leute, und wie gesagt, das können wir in allen Spielen machen, die einfach nur darauf scharf sind, Trouble zu machen, was also bedeutet, die wollen einfach irgendwie nur dagegen reden. Und wir haben natürlich auch die Art von Leuten, und die gibt es leider auch in der Simulationswelt, die halt wahnsinnig intelligent sind und meinen, sie wissen alles aufgrund ihrer, ihrer, ja, also ich habe das Gefühl, sagen wir es mal so, es gibt sehr viele, oder nicht sehr viele, aber es gibt auf jeden Fall einige, die im Sim unterwegs sind, die halt einfach meinen, aufgrund ihres Hintergrundwissens, was sie haben, mit ihrem Flugzeug, dass sie dadurch halt so ein eigentlich Pilot sind. und denen vielleicht eigentlich gefühlt gar nicht bewusst ist, wie weit sie von der Realität entfernt sind, denn da kann man vielleicht auch mal ein Video dazu machen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare unten schreiben, inwiefern euch das interessieren würde, aber ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, gerade die, die meinen, dass sie so wahnsinnig viel wissen und damit eigentlich einen Piloten ersetzen könnten, oder weiß der Geier, denn die gibt es, Freunde, das kann ich euch sagen, die gibt es, dass diese Leute eben, dass denen das gar nicht klar ist, inwieweit sie wirklich von der Realität entfernt sind, und trotz ihres sicherlich stärkeren Wissens, im Gegensatz zu einem eher schlechteren Erfahrenen, oder wie auch immer, sind sie halt einfach unglaublich weit von der Realität entfernt, und ich glaube, das vergisst man gerne mal. Denn letzten Endes, und das ist auch das Wichtige daran, und damit würde ich schon fast das Video für heute beenden, letzten Endes dürfen wir uns echt nicht vergessen, dieser MSFS, und jetzt bleibe ich mal beim MSFS, weil das ist wirklich ein gutes Beispiel, ist halt einfach eine Plattform, und diese Plattform ist da für die Casual-Spieler, diese Plattform ist da für die Alt-Angesessenen, die wirklich die PMDG suchten, sage ich jetzt mal, oder die Phoenix suchten, und das Ding jeden Tag mit Watzim von A nach B fliegen, dieses Ding ist da für jemanden, der Sim ist da für jemanden, der zum Beispiel ein Boot von A nach B fahren will, auf dem Wasser, der Sim ist da für jemanden, der nur ein Motorrad fahren will, also ihr wisst, was ich damit sagen will, es ist letzten Endes eine Plattform, die ist für alle da, und jeder, der damit Spaß hat, sollte wirklich auch offen das sagen dürfen, und sollte auch sagen, dass man Spaß haben kann auf dieser Plattform, denn letzten Endes ist es nichts anderes, wir haben hier einen Sim, aber dieser Sim ist eine Plattform, für Casual-Gamer, für Leute, die einfach nur Quatsch machen wollen im Sim, für Leute, die einfach nur das Flugzeug umdrehen wollen, und damit einfach nur von A nach B zu fliegen, die können alles damit machen, Hauptsache, sie haben Spaß, und wir, oder allgemein die Leute, die sagen, ja nee, hier dürfen nur Leute fliegen, die tiefgründiges Wissen haben über die PMDG, und die das Ganze extrem ernst nehmen, die sind in meinen Augen komplett falsch, denn letzten Endes darf man nicht vergessen, wenn es hier nur ernste Spieler geben würde, und nur ernste Piloten, dann wäre dieser Sim nicht da, wo er jetzt ist, ich glaube, das vergessen einfach viele, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es gab eine Zeit, da gab es eine Riesenfragerei, das müsste so um das Jahr 2011, 2012 gewesen sein, dass es da hieß, Mensch, Microsoft, wann macht ihr denn mal wieder was Neues, und Microsoft ganz klar gesagt hat, einen Simulator machen sie nicht mehr, aufgrund dessen, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, wenn die nämlich da rein investieren, wollen sie Geld sehen, und wollen natürlich, dass das sich lohnt, und das tut es nicht, und hat es auch nicht zu der Zeit, weil die Casual-Gamer da einfach nicht da waren, und diese Symbionz, diesen Zusatz, den sie durch die Xbox gewonnen haben, und da kann man hier auch wieder ein bisschen streiten, weil auch hier bin ich der Meinung, und das hat man auch letztes Jahr gesehen, dass der MSFS oder allgemein Asobo oder allgemein auch Microsoft nie im Leben gerechnet hat, dass so viele Leute auf der Xbox unterwegs sind, und dass so viel, dass dieser Xbox, sag ich jetzt mal, dieser Part Xbox in der Flugsimulationswelt so einen krassen Teil davon dazu beiträgt, überhaupt den Sim erstmal am Leben zu halten, aber auch, dass so viele allgemein, dass es so ein großer Teil davon ist, unter den ganzen Usern, Microsoft Flight Simulator, dass die Xbox einfach so ein wahnsinnig riesiger Teil ist daran, und ja, deswegen, das sieht man am Marketplace, das sieht man an den Verkaufszahlen allgemein, und vor allen Dingen eben, wir haben es gesehen letztes Jahr, an der Art der Casual-Gamer, denn wir wissen, der Großteil der Casual-Gamer sitzt nicht am PC, die sitzen an der Xbox, und das sind zwei Drittelfreunde, und damit möchte ich dieses Video mal beenden, und ein bisschen euch damit hoffentlich auch ein paar Anregungen damit geschaffen haben, wie ihr wisst, ist das natürlich alles nur meine Meinung, nicht vergessen, ich freue mich aber auf jeden Fall massiv auf eure Kommentare unten, und bitte, tut mir einen Gefallen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, bleibt sachlich, ich bin auf jeden Fall bis jetzt immer sehr gut damit klar gekommen, bin immer wirklich fasziniert, wie viele sachliche, sehr informativ gute Kommentare unten stehen, und ich bin immer über jedes Kommentar massiv froh, und freue mich darüber, auch eben unter anderem, weil ich wissen will, was ihr davon haltet, aber eben tut mir bitte den Gefallen, und beleidigt irgendwie keinen, oder sieht keinen Menschen irgendwie schlechter an, nur weil er auf der Xbox unterwegs ist, je sachlicher, desto besser, und damit beende ich dieses Video, bitte denkt dran, wir können schlauer sein, in dem Sinne, seid schlauer als die Leute, die ihr seht, wo ihr denkt, mein Gott, muss denn das sein, der Schlauere ist immer der, der letzten Endes der ist, der, ja, meinetwegen entgegenkommt, und damit beende ich dieses Video für heute, wie gesagt, wünsche ich noch einen wunderschönen, ästlichen Sonntag, bis dahin, immer schön brav weiterfliegen, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Stream, oder beim nächsten Video, euer Blade Runner, bis dann Freunde. Bis dann, Vielen Dank.